Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Minecraft Video. Ja, jetzt mittlerweile ist es schon fast ein Monat her seit meinem letzten Video und deswegen muss ich da mal dringend was dran ändern, dass es hier keine Videos mehr gibt. Allerdings muss ich auch sagen, leider bringt Mojang gerade auch kaum Neuigkeiten zu Minecraft raus, deswegen ist mein Material auch ein bisschen dünn. Aber gut, jetzt gibt es auf jeden Fall mal wieder eine kleine News wenigstens von Minecraft. Und zwar hat der nette Jens, der Herr Bergensten, hat uns mal eine kleine News geschrieben, an was Mojang denn gerade überhaupt die ganze Zeit arbeitet. Ich meine, seit dem letzten Update ist ja jetzt doch schon einige Zeit vergangen und es sieht gerade fast so aus, als ob die sich ein bisschen ausruhen gerade, Mojang. Und nicht allzu viele neue Sachen hier probieren. Kein Snapshot, kein nichts für vier Wochen. Was macht ihr denn? Sie arbeiten unter anderem an dem World Generator. Also an diesem netten Programm, das für euch hier diese zufälligen Welten generiert. Und da sind sie eben dran, das ein bisschen zu bearbeiten, damit genau sowas wie hier jetzt im Moment nicht passiert. Hier ist nämlich einfach mal ein tropischer Dschungel mit Tigern und Kakao neben einer Eiswüste, mehr oder weniger. Eiswüste mit Bäumen, gut, neben einer Tundra. Und genau sowas soll eben in Zukunft nicht mehr vorkommen. Heißt so viel, wie dass es keine zu großen Ozeane mehr geben soll. Es soll mehr Variationen geben in den Biomen. Es werden neue Biome hinzugefügt. Nicht zu laut aufschreien. So ganz toll ist es nicht. Es sind nämlich nur Variationen. Das heißt, dass es verschiedene Abstufungen von Wüsten gibt zum Beispiel. Oder auch von diesen Schneebiomen. Dass diese Übergänge hier nicht mehr so abrupt sind, sondern eben der Übergang von Schnee zu Wiese zum Beispiel eben fließender verläuft. Außerdem soll sowas hier überhaupt nicht mehr vorkommen. Das heißt, die Biome wurden eingeteilt in heiß, kalt, feucht und so weiter. Und jetzt kann zum Beispiel eine Eiswüste nicht mehr direkt neben einem Dschungel stehen in Zukunft, sondern vom Dschungel geht es dann erstmal über in eine Wiese und dann erst in eine Tundra zum Beispiel. Also da sollen einfach die Übergänge insgesamt ein bisschen fließender werden und die ganz allgemeine Weltgenerierung soll eben überarbeitet werden. Wie schon erwähnt, die Ozeane sollen kleiner werden. Die waren zu groß. Da gibt es auch ganz coole Screenshots, wie das früher aussah und wie das jetzt aussehen soll. Die blende ich euch jetzt mal ein. Da seht ihr, dass eben mit dem derzeitigen Generator 1.6.2 riesige Ozeane zwischen größeren Inseln liegen. Und in dem Weltgenerator, der jetzt dann bald online gehen soll, sieht es eben anders aus. Ihr seht auch, dass die Biome wesentlich größer aussehen erstmal. Das heißt aber nicht, dass die Biome an sich größer sind, sondern es gibt eben mehrere Subbiome. Das heißt, um die Wüste rum ist erstmal nochmal ein leicht anderes Biom, das dann euch darauf vorbereitet, dass jetzt gleich eventuell eine Wiese kommen könnte. Und dass diese, ja, wie gesagt, jetzt sage ich es zum dritten oder vierten Mal, die Übergänge nicht mehr so abrupt sind. Das ist eben Sinn von dem Ganzen und ist auf jeden Fall eine coole Herangehensweise, eine coole Idee. Ich bin gespannt, was sich Mojang sonst noch einfallen lässt. Ob vielleicht endlich mal die Mod-API oder was anderes Interessantes kommt. Da hat Mojang bestimmt noch ein paar Ideen. Da zweifle ich auch nicht dran. Es ist ja auch schon cool, dass sie hier diese Biome ein bisschen abwechslungsreicher gestalten wollen. Sie wollen auch tatsächlich ein bisschen was neu machen. Also nicht nur irgendwie die Farbe von den Blöcken ändern, sondern es gibt auch neue Bäume und Pflanzen. Also da kann auch was Größeres dann auf uns zukommen. Aber im Prinzip ist es eben nur der sanftere Übergang zwischen den Biomen. Ansonsten gibt es leider noch nicht viele Infos zur neuen Minecraft-Version. Ihr könnt ja nochmal auf meinen Kanal schauen, falls ihr das Video zur Version 1.7 noch nicht angeguckt habt. Da habe ich ein bisschen was gesagt, was denn so möglicherweise eventuell von Mojang noch angepackt wird. Ansonsten war es das von mir für heute. Ich hoffe es gibt bald weitere News. Und ansonsten könnt ihr mal auf meinem Let's Play Kanal LP Born for Playing vorbeigucken. Von mir war es das. Und bis zu meinem nächsten Video. Bis dann. Ciao. Ciao.